Das Europäische Parlament hat mehr Macht als viele glauben. Ohne eine Mehrheit im Parlament können viele Gesetze nicht verabschiedet werden, ohne die Zustimmung der Parlamentarier keine Fördergelder aus Brüssel. Und nach jeder Europawahl wird die EU-Kommission neu besetzt und jeder neue Kommissar braucht die Mehrheit im Parlament. Bevor ich Ihnen jetzt unseren Studiogast vorstelle, einen Überblick über die Themen, über die wir gleich sprechen werden. Kaum ein Thema treibt die Europäer so sehr um wie die Sorge um ihre Sicherheit. Das erst recht seit dem Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten. Eng verknüpft damit ist unser zweites Thema die Asyl- und Migrationspolitik. Drittes Thema die Chancen der Wirtschaft und die Chancen für neue Arbeitsplätze. Und natürlich werden wir auch über die Klimapolitik sprechen, über den Green Deal der EU. Unser fünftes Thema ist die Landwirtschaft, denn in der Landwirtschaft fallen die meisten Entscheidungen auf EU-Ebene. Die Milliardensummen an Subventionen verteilt die EU, womit wir wieder bei der Macht der Abgeordneten sind. Und jetzt stelle ich Ihnen unseren Gast vor. Christine Schneider von der CDU gehört seit fünf Jahren zur Fraktion der Europäischen Volkspartei. Seit Februar diesen Jahres ist sie parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament. Sie ist 1972 in Landau geboren. Sie war bereits für die CDU im Landtag. Sie kandidieren erneut für den Kreistag. Und im Europaparlament kümmern sie sich vor allem um Agrarpolitik. Darüber werden wir nachher noch reden. Doch zunächst reden wir über den Krieg in der Ukraine. Und dazu haben wir einen Film vorbereitet. Der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 löste in der NATO und in der EU ein Umdenken in der Sicherheitspolitik aus. Die Lage hat sich durch den Krieg im Nahen Osten zusätzlich verschärft. Die Union fordert in ihrem Programm für die Europawahl eine massive Aufrüstung der EU und einen eigenen Verteidigungskommissar. Wirtschaftlich ist die EU stark, doch politisch vor allem uneins. Von einer gemeinsamen Verteidigungspolitik ist die EU noch weit entfernt. Noch stehen die USA fest zu ihren Bündnisverpflichtungen im Rahmen der NATO. Was aber passiert, wenn Donald Trump die Präsidentschaftswahlen im November gewinnen sollte? Auch ohne die Amerikaner in Rammstein ist und bleibt Rheinland-Pfalz ein Militärstandort von zentraler Bedeutung. Ich finde, man sollte als verschiedene Länder und besonders auch als Europa eine klare Meinung aussprechen, wie man dazu steht. Und auch Grenzen setzen, die nicht überschritten werden dürfen. Da muss man Angst haben vor der Zukunft, wenn wir militärisch nicht in der Lage sind, uns selbst zu verteidigen. Es kann nicht sein, dass der Deutsche immer wieder nur anderen helfen muss, aber selbst auf der Strecke bleibt. Wie soll die zukünftige Außen- und Sicherheitspolitik der EU aussehen? Welche Rolle kann und will die EU militärisch spielen? Wann werden die Europäer sich endlich einig sein? Die CDU hat bei ihrem Europaparteitag beschlossen, sie fordern einen eigenen EU-Verteidigungskommissar. Die Liberalen tun das übrigens auch. Wofür braucht die EU einen Verteidigungskommissar? Wir haben es ja gerade im Bild gesehen, 24. Februar 2022, Putin hat die Ukraine überfallen. Wir haben seither Krieg auf europäischem Boden und es hat uns auch gezeigt, dass wir, was die Verteidigung betrifft, in Europa nicht optimal aufgestellt sind. Wir haben aktuell 17 verschiedene Panzersysteme. Jeder Mitgliedstaat verteidigt sich auf seine Art und Weise. Wir haben keine gemeinsame Materialbeschaffung. Und ich rufe auch bei der Diskussion immer wieder gerne das Bild hervor, zu Beginn des Ukraine-Kriegs, wie wir versucht haben, mit Präsident Putin Lösungen zu finden, wie er jeden einzelnen Regierungschef, jeden einzelnen Verteidigungsminister an seinen langen Tisch geholt hat. Ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Wir brauchen eine gemeinsame Verteidigungsunion. Das heißt, auch eine gemeinsame Plattform für die Beschaffung von Militärgütern. Und in unseren Augen bräuchten wir auch einen gemeinsamen Verteidigungskommissar oder Kommissarin, der letztendlich auch die Fragen der Verteidigung in Europa bündelt. Und der nächste Schritt wäre doch dann logischerweise eine europäische Armee. Fordern Sie die auch? Jawohl. Eine europäische Streitkraft. Ich sage jetzt mal eine Schnelleinsatzgruppe, die ganz, ganz eng mit der NATO auch zusammenarbeitet. Klar ist es, dass die natürlich aus den Mitgliedstaaten gespeist werden müssen. Das bedeutet auch, dass wir in Deutschland unsere eigenen Hausaufgaben machen müssen. Die EU basiert ja auf dem Prinzip der Einstimmigkeit. Wie wollen Sie eine Einstimmigkeit erreichen in der Verteidigungspolitik, zum Beispiel mit Viktor Orban? Das ist ja der Grund, warum wir neben dem Thema Verteidigungsgemeinsame Sicherheitspolitik auch sagen, dass wir zum Beispiel bei der nächsten Erweiterung, wenn es auch Vertragsänderungen gibt, Weg von dem Einstimmigkeitsprinzip müssen. Je größer die Europäische Union wird, desto schwieriger ist es ja auch dann, Entscheidungen zu treffen. Und wir wollen Schluss damit machen, dass Einzelne wie Viktor Orban oder anderen entscheidende Fragen blockieren können. Und wir müssen auch in der Außen- und Sicherheitspolitik Weg von den Einstimmigkeitsentscheidungen hin zu Mehrheitsentscheidungen. Dafür bedarf es ein Quorum für die kleinen Mitgliedstaaten, weil das war ja der Grund, warum wir dieses Einstimmigkeitsprinzip haben, dass die Großen die Kleinen nicht überstimmen können. Aber da gibt es erste Ideen und da müssen wir bei Vertragsänderungen auch ran. Eng verknüpft mit diesem Thema ist ja die Migration und die Asylpolitik. Das ist unser nächstes Thema und auch dazu haben wir einen Film vorbereitet. Durch den Krieg in der Ukraine ist die Zahl der Geflüchteten in der EU in den vergangenen zwei Jahren noch einmal stark angestiegen. Vor allem in Polen, aber auch in Deutschland, auch bei uns in Rheinland-Pfalz, sind die vom Krieg vertriebenen Menschen aufgenommen und versorgt worden. Wie lange sie bleiben werden, ist offen. Auch die seit 2015 zu uns gekommenen Menschen blicken in eine ungewisse Zukunft. Die Asylpolitik ist in allen EU-Staaten höchst umstritten. Eine einheitliche Linie innerhalb der EU schwer zu erkennen. Ist eine gemeinsame Asylpolitik in der EU überhaupt möglich? Es hat bis jetzt nicht geklappt, seit 2015, das sind jetzt neun Jahre. Und was in neun Jahren nicht geklappt hat, wird auch in den kommenden Jahren nicht. Wir Europäer sind kulturell einfach zu unterschiedlich. Na klar sind wir alle Europäer, wir haben uns alle lieb, das ist auch gut so. Aber wenn es jetzt um einen zu einer Politik der Länder geht, sage ich immer, das ist immer noch Ländersachen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass eben eine gemeinsame Lösung gefunden wird. Die deutsche Wirtschaft hat durch den Abgang der Babyboomer mit einem massiven Fachkräftemangel zu kämpfen. Pro Jahr gehen in Deutschland rund 400.000 Menschen mehr in Rente, als junge Arbeitskräfte nachrücken. Vor allem das Handwerk sucht bereits heute händeringend nach Nachwuchs. Ist Migration ein Weg, diese kommende Krise zu bewältigen? Beim CDU-Europa-Parteitag haben Sie auch beschlossen, eine Verschärfung der Asylpolitik. Tragen Sie das persönlich mit? Ja, weil ich glaube, dass die Europäische Union, es kam ja auch zur Sprache, über zehn Jahre nicht geliefert hat. Das lag übrigens nicht am Europäischen Parlament, sondern an den Mitgliedstaaten, dass man sich gar nicht einigen wollte, ist der Spaltpilz in der Europäischen Union. Und die Tatsache, dass wir in allen Mitgliedstaaten einen Erstarken der rechtsextremen Kräfte haben, liegt daran, dass wir über zehn Jahre nicht geliefert haben. Und deshalb bin ich froh und auch stolz darauf, dass es unter Federführung der EVP-Fraktion gelungen ist, in der letzten Plenarsitzung im April das Asyl- und Migrationspaket auf den Weg zu bringen. Das wird nicht alle Probleme lösen. Aber wir steuern, wir regeln jetzt endlich die Asylpolitik. Diejenigen, die zu uns kommen, werden an den Außengrenzen, in den Aufnahmezentren, an den europäischen Außengrenzen oder in Drittstaaten entsprechend registriert. Es wird geprüft, ob es einen Bleibestatus geben kann. Dort werden die Asylverfahren durchgeführt. Und dann erfolgt eine hoffentlich gerechte Verteilung. Diejenigen, die keine Asylanten, keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, die müssen sich dann entsprechend mit Grenzsicherungsmaßnahmen und monetär beteiligen. Es gibt ja auch die Forderung, weil viele befürchten, dass sich zum Beispiel Viktor Orban nicht beteiligen wird, aber auch die polnische Regierung nicht oder sehr wahrscheinlich die neue niederländische Regierung, dass man dort auch finanzielle Strafen einsetzt. Würden Sie dafür plädieren? Ja, in Polen hat sich ja Gott sei Dank die Regierung geändert. Deshalb weht da auch ein neuer Geist. Aber genau das ist auch vorgesehen. Also es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, wenn ihr keine Flüchtlinge aufnehmt, dann habt ihr die Möglichkeit, Grenzsicherungsmaßnahmen finanziell oder auch personell zu unterstützen und auch Personal in den Aufnahmezentren zur Verfügung zu stellen. Und das andere ist, wenn jemand seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, dann müssen wir als Europa auch reagieren und im Zweifelsfall dann auch über Sanktionen, was das Geld betrifft. Migration kann ja auch eine Chance sein. Und ich meine nicht nur eine Chance für die Migranten, sondern auch für die Wirtschaft in Europa. Denn die Babyboomer treten überall ab in allen europäischen Ländern. Wie schätzen Sie diese Chancen ein? Das können wir nicht über das Thema Asyl- bzw. Migrationsregelungen treffen, sondern da brauchen wir vernünftige Einreisepolitik. Und de facto funktioniert es nach wie vor auch nicht in Deutschland. Wir brauchen eine schnellere Anerkennung und Synchronisierung von Abschlüssen und auch die entsprechenden Anreize. Aber das können wir nicht über Asyl- und Migrationspolitik lösen. Damit sind wir mitten in dem Thema Arbeitskräfte und Arbeitskräftemangel. Ein Thema, das sehr viel mit Wirtschaft zu tun hat. Und genau darum geht es in unserem nächsten Film. Die BASF in Ludwigshafen ist in 91 Ländern mit 293 Produktionsstandorten vertreten. Weltweit arbeiten mehr als 100.000 Menschen für den Chemiekonzern. Im Februar 2024 hat die Konzernleitung für Ludwigshafen zum zweiten Mal in zwölf Monaten ein Sparprogramm auferlegt. Rund eine Milliarde Euro soll in Ludwigshafen bis 2026 eingespart werden. Tausende Stellen in Ludwigshafen fallen weg. Viele, nicht nur in Ludwigshafen, fürchten eine schleichende Deindustrialisierung des Standorts Deutschland. Also Angst habe ich jetzt nicht um meinen Arbeitsplatz. Ich glaube, dass die Menschen hier am Standort schon Angst um ihre Arbeitsplätze haben. Also Angst habe ich jetzt nicht um meinen Arbeitsplatz. Ich denke, wir sind da ganz gut abgesichert. Ganz anders ist die Stimmung beim Rüstungsunternehmen General Dynamics in Kaiserslautern. Das Unternehmen profitiert vom Krieg in der Ukraine. Seit 2022 ist die Auftragslage so gut wie lange nicht mehr. In den letzten Jahren wurden neue MitarbeiterInnen eingestellt. Ist die Industrie in der EU und speziell in Deutschland der Konkurrenz in China und den USA gewachsen? Wie können wir unseren Wohlstand sichern? Wie können wir unseren Wohlstand sichern, gerade im Vergleich zu den Weltmarktkonkurrenten China und USA? Was ist da Ihre Position? Was wollen Sie tun im nächsten Europaparlament? Ich glaube, gerade in der zurückliegenden Legislaturperiode sind viele Antworten zu bürokratisch gewesen. Wir haben versucht, und das kommt ja in dem Beitrag auch zum Ausdruck, die Ziele des Green Deals, dass wir klimaneutral werden durch immer mehr Verbote und Reglementierung. Und das ist der falsche Weg. Wir müssen eher entbürokratisieren, wir müssen Verfahren beschleunigen, wir müssen technologieoffener sein. Und wir müssen die Hausaufgaben in Deutschland machen. Das können wir nicht von Europa aus bestimmen, aber wir haben in Deutschland die höchsten Energiepreise weltweit. Und das sind hausgemachte Probleme und keine europäischen Probleme. Und das führt dazu, dass gerade große Industrieunternehmen überlegen, in Europa oder außerhalb von Europa ihre Produktionen aufzubauen. Aber da müssen wir auch national, müssen die Hausaufgaben gemacht werden. Aber welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang, also Beispiel Energiepreise, aber auch Arbeitskräftemangel, der europäische Binnenmarkt? Welche Funktionen sollte der Ihrer Ansicht nach haben? Der europäische Binnenmarkt ist die größte Errungenschaft in der Wirtschaftspolitik. Er ist weltweit der größte Binnenmarkt und hat ja auch zu dem wirtschaftlichen Erfolg in Europa geführt. Wir haben keine Einführ- und Ausführzolle. Wir sind ein exportorientiertes Land, nicht nur in Deutschland, sondern ganz Europa und bietet große, große Chancen. Aber er muss weiter ausgebaut werden, zum Beispiel im Bereich der Energie. Energie ist ein Thema, das wir besser europäisch regeln, weil wir da entsprechend auch größere Mengen haben, größere Macht haben, wenn wir uns in Europa zusammenschließen. Brauchen wir auch einen gemeinsamen Kapitalmarkt? Das ist, Sie wissen, aus deutscher Sicht haben wir da große, große Bauchschmerzen. Es kann nicht funktionieren, dass Deutschland für die Schulden anderer Länder haftet. Deswegen muss schon jeder Mitgliedstaat, gerade was das Thema Finanzen betrifft, seine eigenen Hausaufgaben machen und muss auch seine eigenen Schulden im Blick haben. Ansonsten würde das, glaube ich, in Europa für große Streitereien und weitere Spaltpotenziale sorgen. Befürchten Sie einen Handelskrieg mit den USA wegen der Zölle oder auch mit China? Ich bin froh, dass Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesagt hat, sie wird genau mit der Kommission jetzt hinschauen, welche Dumpingpreise China aufruppt, gerade beim Thema Elektromobilität. Weil wir es natürlich auch nicht zulassen können, dass eine Regierung ganz bewusst versucht, den europäischen und amerikanischen Markt zu zerstören. Aber wir müssen auch immer sehen, dass wir natürlich in Europa auch vom Export leben. Und wenn wir Einfuhrzöller erheben auf ein Produkt oder mehrere Produkte, wird es auch immer eine Reaktion geben. Deshalb ist das Beste, miteinander reden. Das hat Ursula von der Leyen auch getan mit einer klaren Ansage, dass wir das Vorgehen von China so nicht weiter akzeptieren. Und im Zweifelsfall wird das Letzte dann auch das Einführen von Zöllen sein, um unsere eigene Industrie und unsere eigene Wirtschaft zu schützen. Das Thema Green Deal und damit die Klimapolitik, haben Sie es schon angesprochen. Auch dazu ein Film von uns. Überschwemmungen wie hier vor drei Jahren an der Ahr, Waldbrände oder Dürre. Die Folgen des Klimawandels sind in Europa spürbar. Aber der Kontinent ist darauf nicht ausreichend vorbereitet. Zu dieser alarmierenden Einschätzung kommt die Europäische Umweltagentur in ihrem aktuellen Bericht. Die Experten der EU warnen, allein durch Hitzewellen könnten 100.000 Menschen sterben. Die CO2-Emissionen müssten so schnell wie möglich gesenkt werden. Schnelles Handeln und die Umsetzung des vielversprechenden Green Deals sind dabei gefragt. Kann das noch helfen? Ja, schwierige Frage. Ich glaube, Ideen sind schon da, je nachdem, in welche Partei oder welches Land man schaut. Aber die Hoffnung ist klein, sagen wir es mal so. Ne, glaube ich eher nicht. Weil, naja, die EU ist ja nur ein kleiner Teil von der Welt. Das ist eine sehr gute Frage, aber ich denke, das ist sehr schwierig und vielleicht sind wir da schon zu spät. Mit dem Green Deal will die EU bis 2050 klimaneutral werden. Die Emissionen sollen dadurch drastisch sinken. Um das zu erreichen, müssten die Wirtschaft und das Konsumverhalten der Gesellschaft sich ändern. Aber sind sie auch bereit dazu? Sind der Green Deal und unser Planet noch zu retten? Als Ursula von der Leyen ihr Amt als Kommissionspräsidentin 2019 angetreten hat, hat sie den Green Deal ausgerufen und hat auch gesagt, das wichtigste Projekt in dieser Legislaturperiode. Inzwischen haben ganz andere Themen, Krieg in der Ukraine ist nur ein Beispiel, das überlagert. Kommt der Green Deal unter die Räder? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, es gibt eine breite Mehrheit im Europäischen Parlament, die zu den Zielen des Green Deals steht. Bis 2030 55 Prozent CO2-Emissionen einzusparen und bis 2050 die Klimaneutralität zu erreichen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir das erreichen und dass wir in dieser Legislaturperiode auch richtige Entscheidungen getroffen haben. Wie zum Beispiel den ETS, den Zertifikatehandel, dass wir einen Preis für CO2 aufrufen und dass wir Anreize schaffen. Aber das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen unserer Politik zu anderen Fraktionen. Wir wollen das mit Anreizen und weniger mit Verbotspolitik erreichen. Und da war Vizepräsident Timmermans in meinen Augen auf dem falschen Weg unterwegs. Wenn wir alles vorgeben, wird es nicht funktionieren. Wir müssen die Ziele erklären in Europa, definieren. Aber jeder muss letztendlich in seinem Land, in seinem Wirtschaftsbereich überlegen, wie er am besten die Ziele erreichen kann. Besonders umschritten, was das Erreichen der Ziele angeht, war ja das Verbot von Herrn Timmermans, den haben Sie gerade angesprochen, für den Verbrennermotor. Sie sind gegen dieses Verbot, vermute ich nach dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich habe im Europäischen Parlament gegen das Verbrennerverbot gestimmt, weil wir da einen wichtigen Pfad verlassen haben, den Pfad der Technologieoffenheit. Ich bin gelernte Tischlerin. Ich habe nicht allzu viel Ahnung, was das Thema Mobilität, Autos betrifft. Ich komme aus einem Ort, Edenkoben, da wurde der Katalysator erfunden. Ich glaube, wenn unsere Vorgänger so Politik gemacht hätten, zu sagen, wir geben der Wirtschaft vor, wie sie ihre Ziele zu erreichen hätten, hätten wir viele Errungenschaften nicht gehabt. Deshalb ist Technologieoffenheit wichtig und dass die, die tagtäglich im Bereich Automobil unterwegs sind, entscheiden, wie wir am besten unsere Klimaziele erreichen können. Ein wichtiges Ziel, da gibt es auch Einigkeit, ist die Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Nun sagen viele Parteien, lasst uns doch die Atomkraft dafür nutzen. Unterstützen Sie das? Ich war jetzt nie die große Atomkraftbefürworterin. Ich war auch nicht diejenige, die auf die Straße gegangen ist, wie wir aus der Atomenergie ausgestiegen sind in Deutschland. Aber ich sage, ja, es war ein Fehler, dass wir die letzten vier AKWs jetzt vom Netz genommen haben, weil wir werden immer eine grundlastfähige Energieform brauchen. Ich bin sehr für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber gerade auch, um den Wirtschaftsindustrie-Standort Europa zu halten, brauchen wir eine grundlastfähige Energie. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen scheinheilig, dass wir immer mit dem Finger nach Frankreich zeigen, die ja sehr starker im Ausbau der Atomenergie ist und selbst dann Atomstrom aus Frankreich importieren, um Spitzen abzufangen. Ein wichtiger Faktor beim Thema Umweltschutz ist ja auch die Landwirtschaft. Das ist unser nächstes Thema und auch dafür haben wir wieder einen Film vorbereitet. Aus ganz Rheinland-Pfalz kommen Anfang des Jahres Bauern mit ihren Traktoren nach Mainz. Vor der Rheingeuthalle demonstrieren sie am 8. Januar gegen die Pläne der Bundesregierung, beim Agrardiesel die Subventionen zu kürzen. Es geht um 21,5 Cent Steuerersparnis pro Liter. Auch in Koblenz nahmen knapp 1000 Bauern an einer zentralen Kundgebung vor dem kurfürstlichen Schloss teil. Am Morgen waren viele Autobahnen in der Region Koblenz blockiert. Also die Bauern sind natürlich schon irgendwo so ein Rückgrat für Deutschland. Für die Umwelt auch nicht so gut, da unendlich viel Liter Diesel in die Luft zu blasen. Wir stehen hier, weil wir halt nicht wissen, was letzten Endes eigentlich von der Politik für eine Landwirtschaft gefordert wird. Wenn man endlich mal wollte, dass mir Armut gehört wäre und uns Armut zugesprochen wird. Rund 75 Milliarden Euro haben die europäischen Steuerzahler 2022 für die Landwirtschaft bezahlt. Mehr als 6 Milliarden Euro flossen nach Deutschland. Inzwischen ist die EU den Forderungen der Bauern erneut entgegengekommen. Auch um weitere Proteste zu vermeiden. Werden so die Agrasubventionen zu einem Fass ohne Boden? Traditionell haben ja die europäischen Bauern in der EVP-Fraktion, in der Europäischen Volkspartei, zu der auch die CDU gehört, ihre politische Heimat. Ist das immer noch so? Ich hoffe es. Sie sind sich aber nicht sicher. Nein, wir sagen glaube ich zu Recht, dass wir die Partei der Landwirtschaft sind, weil das immer ein sehr, sehr wichtiger politischer Bereich für uns, nicht nur in Europa, sondern auch in der nationalen Politik ist. Und weil wir uns auch als Vertreterinnen und Vertreter des landwirtschaftlichen Berufsstands in den Parlamenten sehen. Dann vermute ich mal hatten Sie auch Verständnis für den Unmut der Bauern, was wir gerade hier nochmal gezeigt haben in unseren Aufnahmen von Koblenz und aus Mainz. Nun gab es ja auch total richtige Ausschreitungen und ich meine nicht nur dem Europäischen Parlament in Brüssel, sondern auch hier bei uns im Land. Was sagen Sie dazu? Friedliche Demonstrationen finde ich sehr gut. Und ich fand auch gut, dass der landwirtschaftliche Berufsstand endlich gesagt hat, wir gehen auf die Straße und machen klar, dass es so nicht weitergehen kann. Und es ging ja, wie es im Dezember losging, nicht nur um das Agrardiesel und das grüne Nummernschild. Es ging ja um viel mehr. Es ging auch um das Thema Wertschätzung, wie wird Landwirtschaft auch in der Öffentlichkeit immer wieder präsentiert. Dafür habe ich volles Verständnis für die Ausschreitungen und auch für die persönlichen Anfeindungen. Das darf es grundsätzlich nicht geben. Wir müssen immer respektvoll miteinander umgehen und uns auch gegenseitig zuhören. Es ging nicht nur um den Agrardiesel, haben Sie gerade gesagt. Es ging ja auch um die Umweltstandards. Und da hat die EU ja inzwischen wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Können wir uns das leisten im Hinblick auf die Umwelt? Ja, natürlich, weil ich schon immer der Grundüberzeugung war, dass Flächenstilllegungen nicht der richtige Weg sind, um Biodiversität zu erhalten, um unsere Umweltziele zu erreichen. Sondern, dass wir mit der Landwirtschaft gemeinsam Wege finden müssen. Und da gibt es zum Beispiel bei uns in Rheinland-Pfalz, in Deutschland hervorragende Beispiele, Franz-Projekt, wo Naturschutz, wo Landwirtschaft gemeinsam an einem Tisch sitzen. Wie können wir die Ziele erreichen? Und es ist eben auch nicht richtig, dass in einer stillgelegten Fläche wir automatisch mehr Artenvielfalt haben und automatisch mehr für den Naturschutz tun können. Und deshalb war es so wichtig, dass wir den Bereich aus der gemeinsamen Agrarpolitik wieder rausgenommen haben. Wir können es uns nicht erlauben, immer mehr Fläche stillzulegen. Wir müssen die Ernährungssicherheit in Europa gewährleisten. Das können wir nur, wenn wir die Flächen auch bewirtschaften. Es geht ja um riesige, um Milliardensummen. Können wir uns das auf Dauer leisten? Es wird ja immer so dargestellt, wie wenn das die Subvention für die Landwirtschaft ist. Aber eigentlich sind es die Subventionen für uns, für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Weil wir werden in Europa niemals zu Weltmarktbedingungen produzieren können, weil wir viel höhere Arbeitskosten haben, größere Energiekosten. Weil wir die gesündesten und nachhaltigen Lebensmittel haben, weil wir einige Pflanzenschutzmittel zum Beispiel bei uns in Europa gar nicht zulassen. Und deshalb hat man sich ja geeinigt auf eine gemeinsame europäische Agrarpolitik, zu sagen, wir machen unsere Landwirtschaft fit für den Weltmarkt. Und das sind nicht die Subventionen für die Landwirtschaft, sondern dass wir nach wie vor die besten Lebensmittel uns auch leisten können und die nicht ins Unerschwingliche steigen, die Preisen. Zum Schluss die ganz grundsätzliche Frage, brauchen wir mehr oder weniger EU? Wir müssen genau hinschauen, wo. Es gibt Bereiche, wo wir mehr EU brauchen, Bereich Energiepolitik, bei dem Thema Ernährungssicherheit, Verteidigungspolitik, Asyl-Migrationspolitik. Aber es gibt auch Bereiche, da müssen wir in Europa nicht entscheiden, da sollte besser der Mitgliedstaat oder die Kommune vor Ort entscheiden. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das war unsere Sondersendung zur Europawahl 2024. Das neue Europaparlament wird 720 Abgeordnete haben, 96 von ihnen kommen aus Deutschland. Damit hat Deutschland mehr Vertreter im neuen Parlament als jedes andere Land. In Deutschland stellen sich insgesamt 34 Parteien zur Wahl. Da müsste doch eigentlich auch etwas für sie dabei sein. Wir haben über Außen- und Sicherheitspolitik gesprochen, über Asyl- und Migrationspolitik, über den Klimawandel und den Green Deal der EU. Und selbstverständlich ging es auch um die Lage in der Landwirtschaft und die Chancen für die europäische Industrie, gerade gegenüber Weltmarktkonkurrenten wie China und den USA. Über allem stand und steht die Frage, wollen wir mehr oder weniger EU? Und auch da hat das neue Parlament mitzureden, denn die europäischen Verträge sollen neu ausgehandelt werden. Sie haben also wirklich die Wahl, am 9. Juni können Sie mitentscheiden, tun Sie es einfach. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank!